Der Tag der Sonne, ein Aktionstag, wurde 1978 eingeführt. Vielleicht auch damals, weil die Sommer so unglaublich bescheiden waren in den 70er Jahren. Und die düstersten Sommer hatten wir von 1977 bis 1981, 1984 und 1987. Und seitdem geht es ja schnurstracks aufwärts. Und wir haben ja jetzt wahnsinnig viel Sonne in den letzten 13 Monaten gehabt, auch im vergangenen Monat wieder. Und heute ist sie mal ein bisschen weniger aktiv. Wir werden es verkraften. In der Nordhälfte sind es 5 bis 8 Stunden Sonnenschein. In der Südhälfte etwa 2 bis 5. Direkt am Alpenrand bekommen wir sehr wenig Sonne. Dafür haben wir es hier mit vielen Wolken zu tun und Regen, der sich aus der Nacht heraus immer weiter in die Alpen zurückzieht. Sonst sind noch ein paar Schauer unterwegs. Dahinter lockert es auf und die Sonne kommt eben heraus. Hier auf der Animation Wolken und Sonne im Wechsel. Im Süden noch Regen und einige Schauer und vereinzelt auch Gewitter direkt an und auf der See. Dazwischen eben mal lockere, mal dichtere Wolken. Wenige Schauer eben in der Mitte und in Alpennähe. Immer noch Regen, wobei der Regen dann auch hier allmählich nachlassen wird. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 9 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und auch an der See rund 9 Grad. Das ist schon ganz schön zapfig. Und im Südwesten sind es nochmal bis zu 16 Grad. Das eine sind die Temperaturen, das andere der Wind. Und der ist sehr, sehr unangenehm unterwegs. Vor allen Dingen im Norden mit Stärke 4 bis 6 im Mittel aus westlichen Richtungen. Im Süden schwächt sich der Wind etwas ab. Und im äußersten Süden ist der Wind einigermaßen gedämpfter. Und gerade im äußersten Südwesten, da fühlt sich so einigermaßen mild an. An der Ostsee hingegen, da sind die 8 Grad gemessene Temperatur gefühlt wie 3 Grad auf der Haut. Das wird richtig kalt und ist die Gewöhnung auf das, was uns morgen und übermorgen erwartet. Am Abend sind nur noch wenige Schauer in Küstennähe und am Alpenrand unterwegs. Sonst ist es locker bewölkt mit einem wunderbaren, klaren Sonnenuntergang, der sehr fotogen ist. Bei frischen Temperaturen von 8 bis 2 Grad.